Die größte Herausforderung bei der Digitalisierung ist nicht digital. Es geht dabei darum herauszufinden, wie man die Ressourcen im Unternehmen am sinnvollsten einsetzt. Wir wollen nicht herausfinden, wer recht hat, sondern vielmehr was richtig ist. Gemeinsam müssen wir eine Kultur schaffen, die es ermöglicht, dafür zu kämpfen, was das eigene Ergebnis positiv beeinflusst. Und dann und nur dann kann man die Tools, die uns die Digitalisierung liefert, auch wirklich sinnvoll für eine Zukunft einsetzen. Kulturveränderung kann nicht verordnet werden. Sie entsteht durch den Raum, den man ihr schafft. Notwendige Veränderungen müssen von oben getragen und durch alle Ebenen vorgelegt werden. Richtig nachhaltig wird sie letztendlich erst, wenn sie von allen Mitarbeitern getragen wird. Durch offene Kommunikation, Partizipation und Transparenz. Bottom-up durch alle Ebenen. Daraus entstehen agile Menschen für agile Methoden, die motiviert an einem Strang ziehen. Was euch beim Digital Transformation Lab erwartet? Ganz einfach. Zwei Tage mit spannenden Experten und Unternehmern. Eine offene und kreative Arbeitsatmosphäre mit interaktiven Workshops und Diskussionen. Aber vor allem eine Vorgehensweise mit Lösungsansätzen individuell zugeschnitten auf euer Unternehmen. Interesse? Dann melde dich jetzt an. Wir von Cibernand Friends Consulting und Murakami freuen uns auf ein spannendes Lab mit euch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020